Musik 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 Wir möchten aber nicht geführt werden. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich finde es sauber, das ist jetzt schön. Ich finde es sehr schön. Es ist eine Koalitionsabschutzung. 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 Zurück bleiben bitte! Nächster Bahnhof Berliner Platz Endstation bitte an den Aussteigen. Nächster Bahnhof Berliner Platz Endstation Wenn ich nicht einsteigen, wird es um ein Ende hier. Dankeschön, Frau Herrsjim. Spannende Kaffee Wir haben ein paar Tage in der Schriftstugzeug. Machst du das Ding mal auf? Ihr könnt mal gerne die Ausordnung durchlesen. Wie steht die Tenderschelle? Sie sind in der Vitrine. Das war's für heute. 80 Cent, Pins für 6 Euro, Parvents für 7 Euro. Pins für 6 Euro? Ich hab Pins verstanden. Reinischer Platz. Einemann-Gol nach Schwele. Macht der Geron. Nach Schwele, einsteigen bitte. Woll, danke schön. Möchtet ihr mein Anleger haben? Wir haben Fotos für 80 Cent. Pins für 6 Euro, Parvents für 7 Euro. Zurückbleiben, bitte. Zurückbleiben. Das ist ein Kreis nicht genauer holen. Ach, nee, weil da war ein bisschen Leben noch zu sagen. Das ist doch gerade von dem gesprochen. Ja, gerade waren wir noch in Kassel. Nee, nicht gleich in Dortmund. 109 Acht, Stele bitte vorn oder hinten an. Entschuldigung, ich hab hier einen Ausweis. Bekomm ich das umsonst? Sie dürfen trotzdem mitfahren. Trotzdem den Ausweis haben. Dankeschön. Ist das eine Rundfahrt? Ja, wir kommen irgendwann wieder hier an. Dankeschön. Das ist aber nett. Par Steele, einsteigen bitte. Fährt man da manchmal nur hin und zurück? Wir kommen auch wieder zurück. Ich bin ja nicht behindert. Das ist aber schön. Oh, das werden wir kontrolliert. Die Steele ist so ein logisches, irgendwie ein Ereignis. Und der Wagen ist auch nicht so. Aber der Wagen ist auch nicht so. Aber es ist auch nicht so, dass wir uns jetzt einfach auf der Altstadt und so was haben. Und der Wagen ist auch nicht so. Und der Wagen ist auch nicht so. Und jetzt kann ich alles verstehen. Das weißt du, während du weißt. Nee, geil, geil, geil. Aber du rios� dich draußen wann früher raus. Ja, doch, klar. Volllikt bitte. Aber ein Aussteiger, na? Ja, aber jetzt wird farewell. Die Tür ist kaputt. Ja. Ich lese, dann hat er gesagt... Es hat eine Rundfahrt. Es hat eine Rundfahrt. Es hat eine Rundfahrt. Die Rundfahrten war in der Rundfahrt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rundfunk WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schnellen 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 Schnellen